Mein Lieber, grüß dich. Alles gut bei dir? Alles super, bei dir? Tipptopp. Mr. Randall, Mr. Aura. Boom. Das ist dein neuer Spitzname. Mr. Aura? Ja, die Aura. Ich weiß, was das heißt. Ich bin ein Hauptamerikaner, Junge. Sorry, 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 dass ich dich da... Alles gut. Nein. Ich mach ganz kurz das Intro. Also herzlich willkommen bei einer weiteren Podcast-Folge Immolution. Heute ein ganz spezieller Gast, auf den ich mich schon sehr, sehr lange gefreut habe. Und zwar Mr. Randall von Mr. Randall Real Estate und Homestaging. Ich glaube, das ist richtig ausgesprochen. So sieht's aus. Perfekt. Aus Hannover. Yep. Und ja, extrem geiler Typ. Deshalb freue ich mich sehr, heute mit dir den Podcast führen zu dürfen. Herzlich willkommen. Ich fühle mich geehrt. Vielen lieben Dank, Leon. Danke für die geile Ansage. Sehr gerne. Wie gesagt, Mr. Aura, das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, weil du wirklich eine extrem positive Aura und Ausstrahlung hast, was mich von Anfang an wirklich an dir begeistert hat. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Stell dich einfach mal vor. Mein Name ist Carsten Henry Paul Randall. Alle sagen Randall zu mir. Basketball, hinten das Trikot auf dem Trikot gehabt. Ich bin 44 Jahre alt, habe drei wundervolle Kinder, eine wundervolle Frau und bin jetzt seit fast zwölf Jahren im Makler-Business sozusagen. Okay. Ich bin der sehr bunte, nicht eher bunte Vogel, würde ich es nicht nennen, aber ich bin so der untypische Makler von meiner Art, wie ich bin. Aber das ist ja auch genau das, wofür deine Kunden dich schätzen. Absolut. Und was auch zieht bei den Leuten. Genau. Locker, trotzdem, aber trotzdem professionell. Ja, also ich muss sagen, du hast auf jeden Fall das Prinzip einer Personal Brand wirklich verstanden. Weil der Punkt ist, das wirst du bestimmt bestätigen können, wenn wir uns im Markt ein bisschen umschauen. Aber du führst ja auch die ein oder anderen Gespräche, ob es beim Networken ist oder so. Also, dass sich viele die Zähne daran ausbeißen, wie sie es hinbekommen, aus sich eine Marke zu machen. Was ist da so dein Geheimnis? Oder erzähl mal, wie kam das überhaupt? Wie warst du so als Kind? Warst du schon immer so? Ich war immer Rampensau. Ich bin ja, ich weiß ja, ich habe immer gelesen, Sternzeichen sind mir relativ egal, aber ich bin Löwe. Und die Löwen stehen immer ungewollt im Mittelpunkt. Und ich als Kind war ich schon so eine richtige Rampensau. Ich habe einfach Leute gerne unterhalten. Ich war immer kommunikativ, bin auf die Leute zugegangen. Einfach ein Austausch. Es war einfach mega, mega geil. Und ich bin ein Halbamerikaner. Und in Amerika ist es gang und gäbe, dass man sein Gesicht, seine Fresse irgendwo zeigt und hier bin ich. So what? Und das habe ich einfach letztendlich auch so ein bisschen übernommen. und das Mr. Randall habe ich eigentlich so das Mr. davor gesetzt und würde ja jeder Randall sagen. Du musst dir das Mr. davor, dass die Leute sagen, ah, Mr. Randall. Sehr smart. Irgendjemand müsste ich mal lieben, Mr. Randall. Da kam das eine zum anderen, aber ich bin immer so ein sehr offener, positiver Mensch, sieht man das Gute. Und ja, einfach ich selbst sein. Wie kamst du in das Makler-Business? Makler-Business kam ich letztendlich, dass du nicht so erzählst, glaubt mir das keiner. Ich bin eigentlich gelernter Stuckateur, bin Handwerker. Mit 16 angefangen zu arbeiten, neun Jahre an dem Job gearbeitet, aufgehört, jahrelang um die Welt getingelt. Und dann irgendwann habe ich ein Auto, weil ich dachte so, ich will was anderes machen. Ich hätte gerne Bock auf Verkauf, etc. Ich kenne mich mit Immobilien gut aus. Und eine Freundin meinte so, mach doch mal, weil sie Mietenkauf wohnen gesehen hat. Mach doch mal Makeln. Ich so, hä, Makeln? Dann habe ich ein Auto gesehen und bei uns oben in Hannover am Stadion habe ich gemeint, stellen Sie noch Leute ein. Sie guckt mich an, so, nee. Ja, haben sie gelernt? Nee, Quereinsteiger. Aber irgendwie habe ich die, glaube ich, so überzeugt von meiner Art, schreiben Sie Bewerbung. Ich habe in meinem Leben schon lange keine Bewerbung mehr geschrieben. Drei Monate später hatte sie Bewerbung und dann war ich eingestellt. Und dann fing die Reise an? Ja, ab dann ein Jahr und ich bin immer noch, ich schätze das Unternehmen sehr, ist immer noch in Hannover, ist immer noch tätig, mache einen sehr guten Job. Wir hatten halt nach einem Jahr, dann war die Geldfrage, Zahlung, wie ist das? Ich wollte mehr. Nee, machen wir nicht. Dann bin ich zum Franchise-Unternehmen von einem guten Freund von mir. Und dann war mir klar, dass ich es alleine mache. Weil das, was ich dann mit dem Namen rausgebe, im selbstständigen Modus, kann ich dann für mich alleine machen. Und dann entstand Mr. Randall. Dann entstand Mr. Randall. Wie hast du es geschafft, diese Marke, weil wir haben ja auch, du warst ja jetzt den ganzen Tag auch hier, wir waren auch im Essen, wir haben einfach ein bisschen gequatscht, dass die Leute dich ja schon wirklich auch erkennen. Genau. Ja, von Weitem. Natürlich auch durch deine Ausstrahlung, durch dein Auftreten. Aber wie hast du es geschafft, das zu etablieren im Markt? Dass es auch akzeptiert wird und funktioniert? Naja, also letztendlich, klar, durch Werbung, in dem Sinn, dass ich auf dem Auto meinen Kopf immer drauf habe, wie mein Logo eben ist, Mr. Randall Real Estate und Homestaging. Es war also, war kein Weg dran vorbei. Wenn du jemanden gesehen hast, in Hannover sind jetzt nicht viele mit meinem Look, mit dem Afro, dann war klar, ey, das ist doch Mr. Randall. So. Und dann letztendlich, natürlich komme ich, durch den Sport kam ich natürlich auch, war ich sehr sichtbar in Hannover. und dann eben durch meinen Job dann als Immobilienmakler, dann sowieso. So, dann kriegst du da Kaffee trinken, dann bist du da. Und, äh. Du bist so ein Networker-Typ. Always dressed up, you know. So, das war dann einfach letztendlich, wer ist dieser Typ, was macht der? Und, äh, immer nett, immer fröhlich, immer sei du selbst. Äh, und da kam eins nach dem anderen. Also, ich habe mir nicht wirklich so Gedanken gemacht, aber ich glaube, ich habe durch mein Ausstellungswerkmal, also das, was mein Ausstellungswerkmal, habe ich letztendlich durch die Haare, ist es einfach so. So, äh, und dann auch gut drauf, ist es einfach, das ging recht schnell. Also, es war für mich gar keine Arbeit. Es ist einfach ansteckend, auch deine, deine, deine Vibes, ja, die, die Energie. Thank you very much. You're welcome. Nein, das war für mich so, ich glaube, wie andere Profis spielen Fußball, ist es für mich ganz normal, einfach so, wie mit dir jetzt hier im Podcast zu sitzen. Einfach ein bisschen drauf loszuquatschen. Genau, einfach. Okay, aber wo hast du das, ähm, was waren so deine, deine Learnings, die du gerade am Anfang deiner Laufbahn, ähm, die erstmal für, weil du hast gesagt, du kommst aus dem Handwerk. Genau. Das ist ja was komplett anderes. So sieht's aus. Ähm, was waren so deine Learnings, die du machen musstest, die dir auch vielleicht nicht immer einfach gefallen sind, um diesen Weg dann letztendlich auch erfolgreich gehen zu können? Also, ich war jetzt nie der Typ, der gerne im Büro sitzt. Also, ich war immer jemand, der raus musste. War Learning, dass ich halt natürlich, wenn ich draußen was jage, muss ich es auch wieder reinbringen und muss dann auch dann den Papier gerade machen. Ja. Da war ich ein bisschen schluderig. Klar, mache ich es trotzdem, aber, ähm, Learning, ich dachte immer so, wenn man dann eine geile Immobilie, das war im ersten Jahr, als ich selbstständig war, habe ich ein bester Lager Hannover, was verkauft, dann dachte ich, jetzt geht's los, so. Aber, wenn dich keiner kennt, was soll denn noch kommen? Also, das heißt, letztendlich war, ja, nicht ausruhen auf den Lorbeeren, einfach dann halt weiter den Job machen, das, äh, mit anderen Kooperationen eingehen, dass die auch deinen Namen halt spreaden und austauschen. Ja. Aber letztendlich war, war, war es am Ball bleiben, positiv bleiben. Ich habe die ersten drei, vier Jahre waren schon hart, weil mich kannte ja keiner. Also, keiner kannte mich, ich habe Mr. Rendon gegründet, hatte da gute Kontakte, Architekten, etc., die dann auch an mich glaubten und das hat sich dann nach drei, vier Jahren bezahlt gemacht. Also, Tippgeber, Netzwerk war so bei dir der Key. Netzwerk, genau. Auch durch Handwerker, so, pass auf, ich mache das, die mochten mich, weil ich auch, ich kann mir ja, ob das Doktor oder das Handwerk ist mir völlig egal, ich kann mich allen, die, 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 die haben gesagt, ey, lass uns probieren, wenn irgendwas war, mit dem ich empfohlen und ich habe dann geliefert. So, Homestaging eingerichtet, verkauft, wo andere Makler sich sechs Monate die Zehn ausgebissen haben oder so. So, ich habe halt abgeliefert. Okay. Ich will ein bisschen noch mehr auf dieses Thema Brand eingehen, Marke, weil ich erkenne es halt immer wieder, dass die Leute, dass denen es wirklich schwerfällt, eine Marke zu bilden. Klar, jetzt hast du natürlich den Vorteil genutzt, ja, durch deine besondere Ausschauung, dein Auftreten, dass du das überall draufgeklatscht hast, ja, das können vielleicht jetzt andere in den Ausmaßen nicht, aber klar, wo ein Wille, da ein Weg, aber wie wichtig ist dir zum Beispiel Kleidung, weil du bist wirklich always dressed up, sehr gut gekleidet, wie wichtig, was für eine Rolle spielt das auch in deinem Auftreten, in deinem Image und so weiter? Nein, ich finde Klamotten generell immer geil, weil man bleibt zwar sich selbst, ich würde jetzt nie was anziehen, was mir jetzt nicht steht, wo ich mich nicht wohlfühle, sondern es muss halt trotzdem meine Seele spiegeln, aber ich finde es mega wichtig, weil der erste Eindruck zählt halt beim Kunden. Wenn ich jetzt mit einem Jogger rumlaufen würde und ich sage, ich bin Immobilienmakler, dann würde ich mich angucken und sage, okay, gut, gerade irgendwie Schein gemacht oder so, ich ziehe mich einfach gerne gut an und das ist auch so ein Respekt dem anderen gegenüber, so eine Wertschätzung, zu sagen, hey, ich bin hier, ich bin top, auf the top, ich liefere ab und das ist so ein Respekt dem anderen gegenüber und dass er auch sieht, so was auch, das ist auch ein Spiegel, wo du sagst, ey, das bin ich. Da sagst du was Wichtiges, Respekt auch dem anderen gegenüber. Genau, so und das ist, mein Vater hat damals gesagt so, zieh dich gut an, Junge, ja, du weißt nie, wem du begegnest. Zieh dich nicht so an, für was das jetzt ist, zieh dich so an, für das, was du willst, so. Ja, das ist ein gutes Mindset, auf jeden Fall. Selbstverständlich ist es ja auch nicht in dieser Branche, gut angezogen zu sein. Also ich meine, klar habe ich manchmal so meine Pants, aber trotzdem sehe ich noch gut aus, etwas cooler dann, aber lässiger, aber durch den Look, den ich hatte, kann ich auch das anziehen, aber das ziehe ich selten an. Also ich hatte immer schon so ein Jackett, Einstecktuch, einen guten Schuh, eine gute Hose, Hemd, das ist schon so, wo meine Frau schon wieder sagte, ja, wir sind wieder zur Arbeit, Work, Work, Work. Du weißt ja schon Bescheid. Wie wichtig ist Weiterentwicklung für dich persönlich? Sehr wichtig, ein gutes Zeichen, sehr wichtig. Also ich habe mir schon damals Gedanken gemacht, deswegen habe ich auch dieses Homestage mit ins Leben berufen oder war mir in die Firma mit eingebracht, weil ich wollte immer was anderes machen, was andere darstellen oder andere anbieten und Entwicklung sei es, selbst im Privaten ist Entwicklung mega wichtig, das heißt mit Kindern, ich habe drei Stück, mit meiner Frau, man kann da einfach nicht stehen bleiben, in dem Business sowieso. War das auch der Grund, also gehe ich jetzt mal fest von aus, warum du damals gesagt hast, ich lasse mich coachen, ich lasse mir weiterhelfen, auch bei meinen Herausforderungen, weil bei all dem Coolen, was wir jetzt gesagt haben, hast natürlich auch du deine Challenges, deine Hürden, wie sie jeder hat, nur der eine beißt sich die Zähne aus, der andere geht halt smart an die ganze Sache ran und lasse sich von Menschen helfen, die die Ahnung davon haben und die einem weiterhelfen können. Das war auch der Grund bei dir, richtig? Genau, das war letztendlich, ich wollte mehr in meinem Business und einfach auch eine gewisse Struktur und einfach Hilfe, die nicht einfach mit der Säge durch den Wald laufen, sondern so eine Fahrt bekommen, der sagt, ey pass auf, da musst du entlang, dass du dieses Ziel erreichst und das ist halt durch das Coaching von euch halt mega gelungen und ich bin immer noch im Prozess und mega geil und ich habe schon so viel gelernt. Das ist ja auch ein Prozess, der niemals aufhört. Das ist ja was, genau. Weil oftmals führe ich ja auch Gespräche, du kennst das mit Sicherheit selber, wenn du mit Freunden sprichst oder so, ja bei mir läuft ja gerade alles gut, ich brauche keine Hilfe. Na, das ist nicht ganz richtig, weil am Ende des Tages, ich nenne das KVP oder wir nennen das KVP, einfach das ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Ist auch so. Egal wie groß deine Company ist, egal wie cool du als Person bist, am Ende des Tages geht es immer weiter und Wachstum ist der Sinn des Lebens. Ist auch, Stillstand ist der Tod, sagt man. Und das Ding ist einfach, wenn man überlegt, die ganz Großen, die haben mir ja ihr Leben lang einen Coach, das hört ja nie auf. Das heißt, klar, bis du irgendwann mal ganz oben sagst, mir kann keiner mehr was beibringen eventuell, weil du dann die Koryphäe bist, aber im Großen und Ganzen. Aber selbst dann brauchst du jemanden, der dir sagt, bleibe. Bleib humble. So sieht es aus. Das heißt, du holst dir dann wieder, was du halt vielleicht aus den Augen verloren hast. Das heißt, in jeder Lebenslage brauchst du irgendwas, einen Coach. Deshalb. Ja, also selbstverständlich ist es, denke ich, nicht bei vielen. Nein, das nicht. Wie schwer ist dir das denn gefallen? Hast du Momente, wo du auch gesagt hast, also weil, sind wir mal ehrlich, es hat ja auch mit Ego zu tun teilweise, oder sich selber beweisen zu wollen, dass man es theoretisch auch alleine kann? Gab es da auch mal mit dir so einen inneren Krieg, Kampf, den du hattest? Lass uns hier mit offenen Karten spielen. Ja, mache ich gerne. Das Ding ist, dass es so zu viel ist, Mann. Das ist teilweise, ich habe das Coaching-Programm aufgepasst. Alter, wollte ich mich verarschen? Ich wusste nicht, wo ich anfangen soll. Also ich habe dann Step by Step und dann, dass ich da schon kleine Erfolge habe. Aber ich meine, ich denke mir, das ist so viel. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es jemand schon mal durchgerattert hat, weil das unzählige Videos sind und das ist mega brutal. Aber klar denkst du so, ey, sag mal, wie soll ich denn das jetzt umsetzen? Weil du machst zehn Jahre das, fährst damit gut. Ja, weil es ja mit Veränderung zu tun hat. Klar, und auf einmal musst du das alles umkrempeln. Das ist nicht immer angenehm, ne? Genau, dann musst du es auf einmal umkrempeln und dann ist so dein Ego so, ja, warum machst du denn das jetzt? Man redet mit sich selbst. Okay, aber lass uns da mal bleiben. Was ist da aber denn passiert, wo du es dann gemacht hast? Das ist ja die entscheidende Frage. Also diesen Punkt zu überschreiten, sich dagegen zu wehren, weil das ist ja auch so ein innerer Widerstand teilweise. Ja, diesen Punkt zu überschreiten und zu sagen so, ich mache das jetzt einfach mal so, so wie die mir das zeigen und mich dabei unterstützen, mich pushen, was ist dann passiert? Das Ding ist, man darf nicht vergessen, sind zwei Sachen. Einmal dein Ego aus dem Weg räumen, so okay, du siehst, hast aus dem Weg geräumt, funktioniert auch, aber du hast ein noch geileres Gefühl dabei, weil du merkst so, ey, es ist mehr Struktur drin. Du kriegst viel schneller das Ergebnis, was du willst, weil du dich halt an ein System gehalten hast. Und das ist halt, das hatte ich vor, war auch so, aber das war bei mir so, wie ich so vielleicht etwas, so locker, war es halt dann auch, wo ich mir ein bisschen schwer getan habe oder schwer tue. Das habe ich jetzt nicht mehr. Also ich einfach, da habe ich so nach dem Ego ablegen, war auf einmal so eine Erleichterung, so sag mal, ey, was habe ich, warum habe ich es nicht gleich so gemacht? Das war ein krasser Erfolg, so ein Schritt, wo ich sage, gar nicht mehr. Der auch oft hier, der fiel ja bei dir selber. Genau, letztendlich ist es ein Mindset, wo du sagst, ey, sei mal ehrlich, wir sind ja nicht offen immer für alles. Wenn dir jetzt jemand kommt, würde ich sagen, ey, du musst jetzt so laufen, würde ich sagen, ey, was willst du jetzt? Du würdest es zwar annehmen, aber du kannst es noch nicht mehr umsetzen sofort. Weil das so eingefahren ist, ist es bei mir genauso. Ich habe zehn Jahre das so eingefahren, das ist gar nicht böse gemeint, aber das ist schon ein Prozess und deswegen muss man einfach dem Ganzen eine Chance geben. Dauert zwar manchmal ein bisschen, aber irgendwann macht es bupp und dann denkst du, Alter, ich bin total bescheuert. Weil es geht nicht darum, dass man, das ist ja Learning by Doing, klar, aber es geht einfach, dass man einfach diverse Dinge schneller machen kann mit Systemen, mit Prozessen, und sich nicht dann den Kopf zermürbt, wie mache ich das, wie mache ich das und das stellt dir halt super mega geil dar. Und für alle anderen denke ich auch, also für mich sowieso. Ich komme halt noch sicher, ich bin halt noch sicherer, safer. Und ich weiß, ich habe den Termin, bam, 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 nehme ich mit, hier, hier, hier. Easy. Verschreiben und gut ist es. Easy. Vorher habe ich das auch so gemacht, aber es war so, aber heute halt professioneller sieht das Ganze aus. Ich habe die Unterlagen, ich habe mein Branding immer noch, ist mir gleich geblieben. Ja, never change running system. Das ist ja auch das, was dich trägt am Ende des Tages. Aber das Ding ist, fängt halt am Anfang an, nicht irgendwann zwischendrin so, ja, haben wir doch so, nein, das ist alles dokumentiert. Das ist geil. Sehr geil. Ich kann nur sagen, ich freue mich extrem auf die weitere Zusammenarbeit. Wir haben noch viel vor. Auf jeden Fall. In Hannover. Auf jeden Fall. I'm coming, bro, I'm coming. Macht euch alle gefasst. Mr. Randall, Real Estate und Homestaging, Carsten, war mir eine Ehre, hat mir echt Spaß gemacht. Geile Folge. Danke dir dafür. Und wenn auch ihr diese Entscheidung treffen wollt, euch persönlich weiterzuentwickeln, euer Business auf ein neues Level zu bringen und euer Ego mal vielleicht zur Seite stellt, ist auch gar nicht despektierlich, gar nicht abwertend gemeint, aber auch einfach mal, ja, vielleicht sich zu öffnen für neue Dinge, für Weiterentwicklung, dann tragt euch hier ein vereinbarten kostenfreies Erstgespräch, sprecht mit mir, wir sprechen genau darüber, wie wir euch weiterhelfen können, selbst wenn ihr nachher sagt, machen wir nicht, habt ihr trotzdem Mehrwert garantiert und in diesem Sinne, wenn euch das gefallen hat, schreibt Kommentare, freuen wir uns extrem drüber, Abo dalassen, alles und so weiter unten verlinkt. In diesem Sinne, ciao. Peace. Peace. Untertitelung des ZDF für funk, 2017